Und die Tiere werden immer größer. Und die Tiere werden immer größer. Wir sind jetzt in Zürich und finden keinen Parkplatz. Aber gleich kommt ein Couchsurfer, wo wir heute Nacht auch übernachten werden und der zeigt uns dann hoffentlich ein Parkplatz. Und wir haben auch schon ganz brav hinten alles aufgeräumt, damit er auch bei uns mitfahren kann. Und die Tiere werden immer größer. 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 Ihr seid ja richtig ausgestattet. Und die Tiere werden immer größer. Und die Tiere werden immer größer. So, wir sind jetzt angekommen in der Schweiz. Anni, wir sind ja schon länger in der Schweiz. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei unserem Gastgeber, unserem Couchsurfing Host Mario. Und wir holen jetzt hier einmal unseren Wein, probieren, den wir von Radek aus Polen bekommen haben und spielen Game of Quotes. Ja, probieren wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.